Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge KDM-Kim. Heute einmal mit einer neuen Spezialisierung, und zwar den Schilden. Schilde sind recht wichtig im Game, werden sehr viel gespielt, weil die Spezialisierung besonders gut ist und das auch gegen viele Monster hilft. Und alle Schilde haben Block gemeinsam. Block ist sehr stark, aber das schauen wir uns jetzt alles mal genauer an. Kommen wir zur Schildspezialisierung. Was bringt uns ein Schild? Ganz auffällig, wenn wir Spezialist sind, kriegen wir nochmal Einrüstung und Top. Viele Rüstungen geben so schon Einrüstungen auf alle Hitlocations obendrauf. Die werden dadurch nochmal erhöht. Und, was auch nicht so uninteressant ist, wenn ein Monster mit uns kollidiert, sind wir nicht mehr genockedownt. Das ist super gut, weil es doch oft vorkommt, dass sich Monster unbewollt bewegen und wir dann halt keine Aktion mehr haben. Die Mastery ist halt hauptsächlich dazu gut, allen diese Schildspezialisierung zu geben, um die Rüstung zu erhöhen. Aber ein Schildmaster bringt noch einen Vorteil mit sich. Wenn ein benachbarter Survivor angegriffen wird, darf man mit ihm Positionen tauschen und Ziel dieses Angriffs werden. Macht natürlich Sinn, weil mit dem Schild hat man vielleicht schon einen Block eingesetzt und man hat sowieso mehr Rüstung. Also fängt man den Angriff quasi für seinen Kollegen ab. Natürlich geht das nur, wenn wir ein Schild haben. Und das ist erstmal die Spezialisierung. Ich finde, Schildspezialisierung macht sich mit allen gut. Je weniger Rüstung man aber hat, umso wertvoller wird ein Schild, um halt zu überleben. Wir fangen mit dem Einsteigerschild an. Und das kommt nicht aus dem Grundspiel, sondern das ist das Knuckleschild vom Gorm. Das bekommt ihr schon ziemlich früh. Wenn ihr nur mit dem Grundspiel spielt, habt ihr das Problem, dass ihr erst auf Ammonia warten müsst und dann ein Lederschild zu bauen. Beim Knuckleschild kriegt ihr keinen Rüstungsbonus, aber ihr habt schon mal Block. Und was auch ganz cool ist zum Schild leveln, weil um Schild zu leveln reicht es nicht, Angriffe zu blocken. Ihr müsst trotzdem Schaden mit dem Schild machen. Deswegen hat jedes Schild auch ein Waffenprofil. Ihr müsst angreifen und wenn ihr verwundet, kriegt ihr aber den Block for free. Sonst ist der Block halt eine Aktion und der nächste Treffer wird halt um einen reduziert. Dann dürft ihr euch einen Hitwürfel aussuchen, wenn mehrere durchkommen und halt einen davon abwehren. Das ist halt schon ziemlich stark, gerade wenn ihr ein bisschen Evasion oder so habt und oft nur ein oder zwei Würfel durchkommt. So könnt ihr das quasi beeinflussen, auf welche Locations ihr getroffen werdet und so eure Rüstung auch nochmal ein bisschen besser ausnutzen. Das gilt dann auf jeden Fall für alle Schilde. Knuckleschild, also auf jeden Fall eine sehr gute erste Wahl. Dann das Lever Shield. Hier sehen wir, alle Rüstungslocations bekommen schon mal eine Rüstung dazu. Heißt mit der Spezialisierung haben wir nochmal zwei Rüstungen überall on top. Das ist bei einem Level 2 Monster schon mal ein Würfel quasi, den wir damit auffressen auf jeder Location. Hier ist auch nochmal Block genauer erklärt. Ihr müsst eure Tour-Aktionen ausgeben und wenn ihr das nächste Mal attackiert werdet, dürft ihr einen davon ignorieren. Das bleibt nicht liegen, sondern ihr habt quasi einmal Zeit bis zu eurer nächsten Aktion das Block zu nehmen. Und wenn ihr zweimal hintereinander Block 1 macht, quasi durch einen Search, dann habt ihr auch trotzdem nur Block 1. Das heißt, ihr könnt natürlich zwischen zwei Attacken searchen, um da quasi das Block zu erneuern. Ihr könnt das aber so nicht stacken. Es gibt aber das Block 2 Keyword. Das werden wir noch gleich auf einem Schild sehen. Das Lederschild, ja, solide. Ich gehe nochmal kurz darauf ein. Wenn ihr jetzt mal guckt, zum Leveln alleine des Schildes. Beim Lederschild habt ihr einen Würfel, der nur auf eine 8 trifft und einen stärker hat. Das ist quasi ein Fist-and-Toof-Profil in schlecht. Das ist halt sehr schwer, das damit zu leveln. Und beim Knuckleschild ist es schon ein bisschen anders. Da habt ihr drei Würfel und trefft auf einer 7 wenigstens. Also da wird Bonus-Stärke auf jeden Fall empfohlen, um das zu leveln. Ich nehme mir dann jetzt mal das nächste Schild raus. Das kommt vom Phönix. Das wird oft vergessen, dass es das noch gibt. Das Feather-Shield. Drei Würfel, aber auch keine Bonus-Stärke und trifft auf einer 7. Relativ schlechtes Attacken-Profil. Hier haben wir noch einen Bonus, dass unser Brain-Damage bei 1 reduziert wird. Das harmoniert mit dem Phönix-Set, hat aber selber keine großartigen Affinitäten. Einmal blau nach oben ist halt nicht ganz so praktisch und bringt keine Rüstung mit. Also da ist das Lederschild doch schon um einiges besser. Dann noch aus dem Grundspiel das Scrap-Shield. Scrap-Shield gibt es beim Blacksmith und ist eigentlich im Vergleich zu seinem Konkurrenten, dem Bacon-Shield, äh, Beacon, Verzeihung, nicht Bacon, ähm, nicht so gut. Ihr habt zwar auch Block, ihr habt eine gute Stärke, ihr habt zwei Würfel. Es ist aber, ja, ein besseres Knuckleshield, was sehr spät kommt. Und die rote Affinität harmoniert mit der, ähm, Rüstung vom Lantern Armor. Die kann ich euch vielleicht einmal kurz zeigen. Ich denke, dafür wurde das designt, dass ihr hier unten halt das Schild einsetzen könnt, um die Boots schon mal zu aktivieren. Rechts könnte dann noch ein, ja, ein Dolch oder ein Schwert oder irgendwas anderes, was ein Connector nach links hat in rot, ähm, eingesetzt werden, damit ihr wieder auf fünf Movement kommt. Ich glaube, das ist das Einzige, wofür dieses Scrap-Shield, ähm, designt wurde. Die Extra-Rüstung mit der Schild-Spezialisierung ist dann halt so, dass wir auf zehn Rüstungen kommen würden mit der Lantern Armor und dem Schild und der Spezialisierung. Das wäre schon ganz cool, aber das Beacon-Shield, was ich euch jetzt mal auflege, ist einfach besser. Und zwar sehen wir hier schon, das hat zum einen einen guten Stärkewert von fünf, das trifft sehr gut auf einer 6+, und das gibt Block zwei. Das heißt, für eine Aktion dürfen wir zwei Würfel streichen. Das ist einfach unfassbar gut. Und, ja, das wäre das Schild, worauf ihr immer gehen solltet. Klar, am Anfang nehmt euch ein Knuckle-Shield oder ein Lederschild, um, ähm, Schild zu leveln und auch um die Boni zu haben. Aber wenn es ein Slate-Game gibt, wollt ihr auf jeden Fall dieses Schild haben. Und wenn ihr die Basiskampagne spielt, könnt ihr sogar die bessere Version kriegen. Das oxidierte Beacon-Shield ist eins der besten Items im Game, wie ich finde. Warum? Weil es Deflect hat. Und Deflect heißt, ihr legt zwei Deflect-Token auf das Schild und das nächste Mal, wenn ihr verwundet werdet, werden diese Deflect-Token abgelegt. Das heißt, das, was bei Block eigentlich ist, dass ihr proaktiv blocken müsst, ist mit dem Beacon-Shield, was oxidiert wurde, ja, kein Problem mehr. Ihr könnt am Anfang des Kampfes, wenn noch kein Monster an euch dran ist, einmal euch die Deflect-Token hinlegen und habt dann so lange Ruhe, bis die runter sind und könnt das dann wieder nachstacken. Also, das ist ein richtig cooles Keyword und auf jeden Fall das Go-To-Schild, was man haben sollte. Es gibt noch drei andere Schilde. Eins habt ihr auch im Basisspiel, das ist ein bisschen schwieriger zu bekommen. Ich glaube, das gibt es nur über ein Hand-Event. Ich hatte das aber schon relativ oft. Das kriegt ihr zusammen mit dem, ja, mit dem Stahlschwert auch meistens. Und zwar das Steel-Schild. Das Steel-Schild ist leider irreplaceable und macht euch, ja, auch sehr langsam. Minus drei Movement. Ihr dürft eine Aktion oder ein Survival ausgeben, um einen Hit zu ignorieren. Und ein Survival ausgeben, um einen Hit zu ignorieren, ist schon ziemlich gut. Das macht es fast wieder gut, dass ihr so langsam seid, weil ihr damit sehr viele Hits wegtanken könnt. Gerade mit einem Warhite-Set, wo ihr generell sehr viel Survival spart. Oder wo ihr Fighting Arts auf einem Survival hat, die euch Survival zurückgeben. Ist das Schild sehr gut, aber es hat auch einen richtig guten Verwundungswert. Also die sechs, die sonst nur auf dem Beacon-Schild drauf waren, was ihr ganz im Late-Game bekommt, könnt ihr hier schon quasi ab Jahr zwei durch ein glückliches Hunt-Event haben und es auf jeden Fall dann eine macht. Dann gibt es noch das Grinsende Gesicht vom Spediculus. Da könnt ihr euch ein Schild bauen in der Erweiterung. Da ist es so, ihr habt auch wieder Block eins. Und wenn man mit dem Schild verwundet, darf man einen Survival ausgeben, um eine Rüstung zu allen Hit-Locations zu bekommen. Das ist eigentlich ganz cool, weil ihr habt zwei Würfel, trefft auf einer 7 und habt vier Stärke. Das heißt, wenn ihr damit zuverlässig verwundet und ihr noch nicht so im Late-Game drin seid, dann merkt ihr doch schon die Rüstung auf allen Locations. Und wenn ihr oft genug verwundet, dann levelt ihr nicht nur das Schild, sondern bleibt auch gleichzeitig am Leben. Und das ist eine recht coole Waffe. Allerdings, ich habe es noch nie gecraftet. Ich glaube aber, das war relativ schwer zu bekommen. Ich springe jetzt aber nicht in die App, um euch das zu zeigen. Da könnt ihr euch das selber mal angucken, wie ihr das Gesicht vom Spediculus bekommt. Ich glaube, ihr musstet ihm aber alle Beine abschlagen, den Körper dann in die Siedlung rollen. Und dann konntet ihr auch das Gesicht ernten. Das letzte Schild gibt es vom Dragon King, beziehungsweise aus der Dragon Expansion. Und das ist das Blast Shield. Hat auch den netten Vorteil, 1 zu 1 Hit-Locations, Block 1. Und the first time you block a Hit-Eat-Showdown, gain the Priority-Target-Tow. Das heißt, wenn wir im Weg stehen, das Monster zielt uns an und wir blocken einen Hit, dann wird es uns direkt nochmal angreifen. Das ist ganz cool, weil man so ein bisschen den Kampf lenken kann. Ist auch relativ okay von den Werten her. 1, 7, 4. Reicht zum Verwunden. Ist aber auch nicht der Hammer. Also, wenn ihr ein Schild haben wollt, konzentriert euch am besten aufs Beaconshield oder auf die Early-Game-Alternativen, die ich euch da genannt habe. Zum Leveln könnt ihr verschiedene Sachen machen. Ihr könnt entweder natürlich das Antilopen-Set mit Slam benutzen. Da habt ihr schon mal einen kleinen Stärke-Bonus. Ihr nehmt das Phoenix-Set, wo ihr diesen Charge habt. Den könnt ihr dann auch mit einem Schild kombinieren, dass ihr genug Stärke habt. Dann ist der Punkt schon mal irrelevant. Wenn ihr 7 Felder lauft und dadurch 7 Stärke und Top bekommt, sollte das in den meisten Fällen reichen. Ihr könnt auch mit der Cycloid-Armor wieder dem Schild scharf geben, wenn ihr aus dem Blindspot angreift. Und zusätzlich hat diese Rüstung sehr wenig Basisrüstung. Das heißt, die mit einem Schild zu kombinieren, würde eine der Schwächen auf jeden Fall ausgleichen. Und ja, ein weiterer Tipp, den ich noch habe, um das Schild zu leveln, wäre, nehmt Bloodpaint mit. Bloodpaint würde ich am Anfang immer mit einem beliebigen Schild kombinieren. Das Schild links oder rechts und die Waffe auf der anderen Seite. Und das sorgt dafür, dass ihr halt die Waffen aktivieren könnt. Und am Anfang greift ihr erst mit dem Schild an und dann mit der normalen Waffe. Und sobald ihr mit dem Schild getroffen habt, könnt ihr euch auf eure andere Waffe spezialisieren, beziehungsweise konzentrieren. Das heißt, mit der verwundet ihr dann viel besser und wahrscheinlicher, weil Schilder ja ein schlechtes Waffenprofil haben. Und das Schild könnt ihr immer noch für Block dann aktivieren. Und das ist ganz nice. So könnt ihr zum Beispiel auch Reactions canceln. Ihr geht hin, ihr greift mit der, äh, ihr Block mit dem Schild vor, aktiviert dann als zweites die Waffe. Und wenn ihr jetzt auf eine Reaction kommt, die das Monster dazu zwingt, euch anzugreifen, dann habt ihr schon mal wieder einen Hit da von der Reaction weggecancelt. Also, auf jeden Fall mit Bloodpaint-Leveln, das macht das alles wesentlich entspannter und ist auch eine sehr starke Kombi. Also, auch fürs Late-Game mag ich das sehr gerne, einfach immer den Block quasi mitzunehmen über die Bloodpaint. Ja, das war alles zum Schild, was ich erstmal zu sagen hatte. Ich hoffe, das hat euch auch wieder gefallen natürlich. Die anderen Waffenspezialisierungen werden jetzt auch noch kommen. Ich wünsche euch viel Spaß und noch eine angenehme Woche. Euer KDM-Kim. Ciao. KDM-Kim KDM-Kim